Vielen Dank, Wally, für die Einleitung. Er hat natürlich völlig recht. Wir werden heute mit dem Thema Verzweiflung weitermachen. Ich habe letztes Mal schon etwas zu dem Thema gesagt. Ich hatte gesagt, dass Verzweiflung auch für Christen schnell Realität werden kann, weil wir in einer Welt leben. In der Leid und Sünde Realitäten sind. Es ist wahr, die Psalmen singen im wahrsten Sinne des Wortes ein Lied von den Momenten, wo die Psalmisten zutiefst niedergeschlagen und absolut hoffnungslos sind. Wir haben uns letztes Mal Psalm 88 angeschaut. Für die, die das nochmal vertont hören wollen und schon länger in der Gemeinde sind. Vielleicht erinnert ihr euch, es gab da mal eine Vertonung von Flo. Die gibt es immer noch auf Rockwords. Also wenn ihr da mal Psalm 88 in die Suchmaske eingibt, dann kommt ihr auch bei der Vertonung raus und könnt euch das dann nochmal in aller Deprimiertheit anhören. Aber ich habe es euch das letzte Mal vorgestellt, diesen Psalm, weil es mir wichtig war, euch zu sagen, wie wichtig es ist, die eigenen Gefühle, auch wenn sie so total negativ sind, auf eine brutal ehrliche Weise mit zu besprechen. Und dann, wenn man sich das traut, das ist dann ein Schritt weiter, das habe ich mehr angedeutet als ausgeführt, es vielleicht auch in der Gemeinschaft der Heiligen zu benennen, damit wir nicht gleichzeitig hoffnungslos und einsam werden. Das war letztes Mal. Es ging mir darum zu zeigen, dass es zwei Sorten von Verzweiflung gibt. Es gibt eine hoffnungslose Form von Verzweiflung. Das ist, um mal das Bild aus Psalm 23 zu entlehnen, das ist, wenn man mitten im Tal des Todesschattens einfach stehen bleibt und aufgibt. Das ist, wenn Angst und Schmerz und Verlust einen dazu bringen, nicht mehr länger zu träumen, nicht mehr länger auf Gott zu hoffen. Und am Ende auch den ganzen Glauben aufzugeben, weil man einfach nicht mehr kämpfen möchte. Das ist die hoffnungslose Form von Verzweiflung, die es gibt und die echt gefährlich ist. Es gibt eine andere Form von Verzweiflung. Ich werde nicht hier vorne stehen und sagen, es gibt da einen Trick und dann wirst du nie verzweifelt sein. Das stimmt nicht. Es gibt einfach zwei Sorten von Verzweiflung und das andere ist eben eine hoffnungsvolle Form von Verzweiflung. Und nochmal, damit wir uns echt nicht falsch verstehen, die fühlt sich nicht anders an. Das ist nicht so, das eine fühlt sich total depri an und das andere, ha, ha, ha. Ja, sondern das Wort Verzweiflung bleibt bestehen. Es ist aber eine hoffnungsvolle Form von Verzweiflung. Es ist eine Form von Verzweiflung, die irgendwie instinktiv merkt, dass wir mitten im Leid, dass wir viel mehr brauchen als eine Erklärung. Es ist eine Form von Verzweiflung, die zu Gott schreit. Die schreit, weil sie verstehen will, aber sie bleibt bei diesem Schreien nicht stehen. Und ich möchte mit euch so, wie wir letztes Mal Psalm 88 betrachtet haben, mal Psalm 77 anschauen. Also Psalm 77, ein Beispiel für diesen richtigen Umgang mit Verzweiflung. Da heißt es, Psalm 77, die Verse 1 bis 3, dem Chorleiter nach Jedutun von Asaph ein Psalm. Und da im Psalm 77, Vers 2, meine Stimme ruft zu Gott und ich will schreien. Meine Stimme ruft zu Gott, dass er mir Gehör schenke. Am Tag meiner Drangsal suchte ich den Herrn. Da sind wir. Ja, wir reden über Drangsal, wir reden über fette Probleme. Am Tag meiner Drangsal suchte ich den Herrn. Meine Hand war des Nachts ausgestreckt und ließ nicht ab. Das heißt, er hat lieber gebetet als geschlafen. Meine Seele weigerte sich, getröstet zu werden. Asaph will nicht irgendeinen billigen Trost. Asaph ist in Not, wir wissen nicht genau, was er hat. Aber er hat sich entschieden, ich werde Tag und Nacht beten, bis Gott mich rettet. Und wenn man das so liest, ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht denkst du, na super, jetzt wird bestimmt alles gut. Gott, der betet doch schon. Falsch. Es wird schlimmer. Vers 4. Denke ich an Gott, so stöhne ich. Sinne ich nach, so verzagt mein Geist. Du hieltest offen die Lider meiner Augen. Also du hast mir das, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man so richtig Angst hat. Wenn man im Bett liegt und in einem findet so ein Kampf statt. Du bist so aufgeregt. Du versuchst zu schlafen und du schaffst es einfach nicht, weil etwas dich so plagt und dich so verstört, dass du nicht einschlafen kannst. Und Asaph sagt, du bist dafür verantwortlich. Du hieltest offen die Lider meiner Augen. Ich war voll Unruhe und redete nicht. Es ist so schlimm, die Situation, in der er sich drin befindet, dass er sich fragt, ob Gott ihn aufgegeben hat. Ich sah nach, des Nachts in meinem Herzen überlegte ich und es forschte mein Geist. Wird der Herr auf ewig verwerfen und künftig keine Gunst mehr erweisen? Wow! Stell dir vor, du liegst da und stellst dir die Frage, ist jetzt zwischen mir und Gott alles aus? Ist seine Gnade für immer zu Ende? Hat das Wort aufgehört von Geschlecht zu Geschlecht? Hat Gott vergessen, gnädig zu sein? Hat er im Zorn verschlossen, seine Erbarmungen? Da sprach ich, das ist mein Schmerz, dass sich die Rechte des Höchsten geändert hat. Ich weiß nicht, ob du dich traust, so mit Gott zu reden. Nimm dir mal ein bisschen Zeit, noch diesen Psalm in Ruhe zu durchdenken. Nimm dir die Zeit zu verstehen, was sich Asaph hier traut. Und wenn du denkst, so darf man doch nicht mit Gott reden, dann möchte ich dir von hier vorne sagen, doch, du darfst das. Und wenn du das noch nicht getan hast, wenn du sagst, ich traue mich das nicht, dann der Tipp von hier vorne, fang damit an. Du hast nämlich, wenn du wirklich in Verzweiflung drin steckst, wenn es wirklich Dunkel und Finsternis ist, wenn du wirklich merkst, ich kann nicht mehr schlafen, weil da etwas in mir mich so ängstlich, mich so durcheinander macht, dass ich einfach meine Gedanken nicht mehr davon wegkriege. Du hast keine andere Alternative. Du kannst nur deine negativen Gefühle nehmen und bei Gott abgeben. Und wenn wir das nicht tun, dann werden die Ängste in uns einfach immer weiter wachsen. Und sie werden uns im doppelten Sinn schaden. Auf der einen Seite, und das hört sich so harmlos an, aber es ist null harmlos, werden sie uns von uns selber entfremden. Das heißt, wenn ich mich nicht mit den Gefühlen beschäftige, die in mir drin sind und diese Gefühle nehme und bei Gott abgebe, wenn ich mir so einen billigen Trost suche oder so ein billiges Davonlaufen, wenn ich mich nicht dem stelle, was da in mir drin ist, dann werde ich irgendwann mich selber nicht mehr verstehen. Ich werde mich selber nicht mehr wahrnehmen, weil das bin ich. Und das andere ist, wenn ich Ängste nicht bei Gott abgebe, wenn wir einfach so tun, als wäre doch alles gut, dann werden wir die Beziehung zu Gott verlieren. Vielleicht noch dramatischer, als dass wir uns selber verlieren. Und deswegen dieser wichtige Punkt. Was ist echter Glaube? Ist echter Glaube, so dieses still und fügsam, schweigend unterwerfe ich mich den Schlägen des Schicksals? Ist das echter Glaube? Nein! Das ist das, was uns die Psalmen mitgeben wollen. Echter Glaube schreit. Schön, oder? Echter Glaube schreit. Er schreit, weil er im Himmel gehört werden will. Echter Glaube ist laut. Echter Glaube wirft unverblümt Gott an den Kopf, was mir Angst macht. Und wisst ihr, was das Verrückte ist? In dem Moment, wo wir das tun, ehren wir Gott. Vielleicht haben wir Angst davor, dass wenn ich das sage, was in meinem Herzen ist, ich Gott unehre bereiten könnte. Dass ich damit Gott ärgere. Oder dass das ein Ausdruck von Unglaube ist. Und das ist genau das Gegenteil. Wenn ich mich traue, ganz ehrlich Gott zu sagen, wie es mir geht, dann ehrt das Gott. Weil es der in diesem Moment ehrlichste Ausdruck meines Glaubens ist. Weil das, was ich da sage, auch wenn die Worte mir vielleicht im Nachhinein sogar ein bisschen peinlich sind und ich denke, hätte ich das doch ein bisschen feiner formuliert. Das mag alles sein. Aber in dem Moment kommt das aus meinem Herzen, weil in meinem Herzen der leidenschaftliche Wunsch ist, Gott zu verstehen und Gott zu begegnen. Und das ist das, was Gott ehrt, wenn ich selbst in den dunkelsten Stunden meines Lebens auf ihn schaue und mit meinem ganzen Unverständnis zu ihm gehe. Und ich habe dabei, wenn ich das mache, einen ganz mächtigen Verbündeten, den man gern übersieht. Immer noch Psalm 77, Vers 12 und Vers 13. Da heißt es, ich will gedenken der Taten Jars. Eine mächtige Waffe im Kampf gegen die hoffnungslose Form der Verzweiflung, das ist Erinnerung. Ich erinnere mich an Momente in meinem Leben, in denen Gott mich in der Vergangenheit schon gerettet hat. Asaph geht hier sogar noch einen Schritt weiter. Er erinnert sich nicht einfach nur an persönliche Erfahrungen, sondern er denkt an ein Ereignis nationaler Errettung. Das liegt schon eine Weile zurück, so ungefähr ein halbes Jahrtausend. Es geht da um den Auszug Israels aus Ägypten, wie es durch das Schilfmeer hindurch gerettet wird, vor der Wut eines tobenden Pharao, der mit seinen Todesschwadronen hinter diesem Volk her ist. Und das, was Asaph, die Logik hinter Asaphs Argumentation geht so, wenn Gott damals ein ganzes Volk vor einer solchen Übermacht an Grausamkeit eines Tyrannen retten konnte, naja, dann kann er heute bestimmt auch mir in meinen persönlichen Problemen beistehen. Also wenn es einmal ein Wunder gab für ein ganzes Volk, dann ist Gott wahrscheinlich so ein kleines Wunder für mich, gar nicht zu viel. Das ist die Logik dahinter. Ich lese euch das mal vor. Die Verse 16 bis 21, immer noch Psalm 77. Du hast dein Volk erlöst mit deinem Arm, die Söhne Jakobs und Josefs. Dich sahen die Wasser, Gott. Dich sahen die Wasser, sie beckten ja, es erzitterten die Tiefen. Die Wolken ergossen Wasser, das Gewölk ließ deine Stimme erschallen und deine Pfeile fuhren hin und her. Die Stimme deines Donners war im Wirbelwind, Blätze erleuchteten die Welt. Es zitterte und bebte die Erde. Durch das Meer führt dein Weg und deine Pfade durch große Wasser. Doch deine Fußspuren erkannte niemand. Wie eine Herde hast du dein Volk geleitet durch die Hand Moses und Aarons. Erinnern spielt in der Bibel eine sehr große Rolle. Wenn Asaphia in Vers 12 sagt, ich will Gedenken der Taten jahres, dann geht es ihm um mehr als nur, dass er die Fakten aufzählen kann. Wir sind ein bisschen wenig romantisch in unserer Zeit. Wir haben uns oft nicht so viel Zeit genommen, über Dinge wirklich nachzudenken. Asaph tut das. Wenn er sagt, ich will Gedenken der Taten jahres, dann macht er folgendes. Er denkt über diesen Sachverhalt im Alten Testament nach. Und was Asaph möchte, ist, er möchte dir sagen, lies deine Bibel. Lies sie nicht einfach nur durch und sag, aha, Auszug aus Ägypten, check. Einzug in Kanaan, check. Zeit der Richter, check. Sondern was er möchte, ist, dass du dich in die Lage der Leute hineinversetzt. Dass du begreifst, ich begegne hier in der Geschichte nicht nur historischen Fakten, sondern ich begegne dem Charakter Gottes. Und dass du diese Geschichten nimmst, dass du sie selber durchlebst und dir aus der Vergangenheit so eine Art emotionale Kopiervorlage für die Hoffnung entlehnst, die du selber in diesem Moment brauchst. Weil Gott hat sich nicht geändert. Und wenn er damals der Gott der Rettung war, dann ist er das heute auch. Das ist, was Asaph dir vorschlägt, wenn er sagt, ich erinnere mich. Erinnere du dich auch. Und natürlich braucht es nicht immer den Auszug aus Ägypten oder sonst irgendeine Rettungsgeschichte. Es ist genauso gut, wenn du sagst, ich erinnere mich an Momente, wo Gott in meinem Leben mich ganz persönlich schon gerettet hat. Wo du wusstest, boah, das war Gott. Vor kurzem stand ich, ich weiß nicht, ob ich euch die Geschichte erzählt habe, vor kurzem bin ich abends um halb zehn in Hanau gestrandet mit dem Zug und stand da und sage, super, abends um halb zehn. Und mein Folgezug, der hat mir meine ganze Planung durcheinander gewürfelt, weil ich wollte weiter nach Zürich. Ich wollte eigentlich zu einem City-Nightliner. Ich habe den nicht mehr erreicht. Na super. Und du denkst dir, Hanau um halb zehn. Ich weiß nicht schon, ob du mal in Hanau warst. Also Hanau ist ein bisschen kleiner so als Spandau, so vom Bahnhof her. Und ich dachte mir, super, wer hilft mir jetzt? Ich kann dir nur sagen, dass mein Folgezug so viel zu spät kommt, dass ich den Zug danach nicht mehr erreiche. Wer hilft mir jetzt? Und in diesem Moment gehst du dann mit deinem Köfferchen die Treppe runter und denkst, Herr, du hast gesagt, dass du mich retten willst. Jetzt bist du dran, weil ich habe kein blassen Schimmer, was ich jetzt machen soll. Es ist halb zehn, ich bin hundemüde und ich muss morgen früh um acht in Zürich sein. Und dann gehst du da runter und gehst in den Vorraum und da hat Gott schon seinen Engel postiert in Form von einer Dame, die da so für die Auskunft zuständig ist. Die hatte schon gar keinen Dienst mehr und da gibt es auch jetzt, also Hanau ist wirklich klein, ja, die hatte so ein Tischchen vor sich und die hat sich meine angenommen. Und einfach mal eine halbe Stunde für mich rumtelefoniert. und hat mich wirklich im Wahnsinn des Wortes gerettet. Hey, schön. Das ist so Pille-Palle, ist mir schon klar, ja. Wenn du sagst, Jürgen hat da so eine Auskunft gefunden. Ja, ja, super. In dem Moment, sorry, ja, in dem Moment war das für mich, wow, danke, Herr. Also die hätte auch Flügel haben können und ich hätte sie als Engel... Ja, das ist völlig in Ordnung. Solche Momente gibt es im Leben, wo du einfach für dich persönlich weißt, das war Gott. Da hätte niemand mehr stehen müssen, Samstagabends um halb zehn. Aber da stand jemand, für mich. Gott hat mich gerettet. Es gibt Leute, die sagen, man soll das aufschreiben. Ja, mach das. Ich mach das nicht. Aber wenn du so ein Tagebuchtyp bist, schreib sowas auf. Du wirst es in Zeiten der Not, wenn über dir so alles zusammenbricht, wenn du den Eindruck hast, du gehst wirklich unter. Und Wasser und chaotische Wasser und Fluten sind in der Bibel oft ein Bild für Zeiten, wo es einem richtig dreckig geht. Wo man echt den Eindruck hat, jetzt sauf ich ab. Für solche Momente ist es super, wenn du so ein paar Goodies hast, die du wieder rausholen kannst. Die in dem entscheidenden Moment dir den Blick auf Gott schärfen. Dass du dich erinnern kannst. Dass ich, wenn Angst und wenn Unruhe da ist, weil ich mich an das erinnere, was Gott schon getan hat, sich das langsam wieder in Gottvertrauen verwandelt. Bei Asaph war das so. Und deswegen hab ich euch diese Methode mitgebracht. Was mach ich mitten im Leid? Ich brauch diesen Blick, diesen neuen Blick auf einen Gott, der Rettergott ist. Sei es in der Geschichte, weil ich durchdacht habe, was das für dieses Volk bedeutet haben muss, gerettet worden zu sein, sei es in meinem eigenen persönlichen Leben, weil ich Erfahrungen gemacht habe, auf die ich zurückgehen kann, wo ich sagen kann, damals war Gott mein Retter. Das kann mir keiner wegnehmen. Und wenn er mich damals gerettet hat, weil er ist unveränderlich, sein Charakter verwandelt sich nicht, dann wird er mich heute auch retten. Punkt. Ich mag das im Moment noch nicht spüren können. Logisch, Verzweiflung ist ja immer doof. Aber ich kann anfangen, in diese Richtung zu denken. Ich kann, wenn in meinem Kopf sich alles nur dreht und ich nur Angst habe, ich kann mich auf diese Aspekte, auf diese Rettungsaspekte Gottes konzentrieren. Und kann dann mit Asaph, Psalm 77, die Verse 12 bis 15, ich kann dann erleben, was er erlebt hat. Er sagt erst, ich will gedenken der Taten Jas. Ja, deiner Wunder von Alters her will ich gedenken. Das ist die Methode. Denk über das nach, mitten in der Verzweiflung, wo du schon weißt, dass Gott dich gerettet hat. Und wenn nicht dich, dann andere. Denk nach. Vers 13, ich will nachdenken über all dein Tun und über deine Taten will ich nachsinnen. Und dann kommt es, wo er das sagt, jetzt bricht er schon aus in Jubel. Gott, dein Weg ist im Heiligtum. Wer ist ein so großer Gott wie unser Gott? Versteht ihr? Aus der Verzweiflung heraus, in eine richtige Perspektive, wo wir Gott wieder richtig erkennen können als das, was er ist. Wer ist ein so großer Gott wie du? Du bist der Gott, der Wunder tut. Und wenn wir da angekommen sind, mitten in der Verzweiflung, dass wir Gott wieder sehen können als den Gott, der Wunder tut, der die Macht hat, mich hier rauszuholen, mich hier durchzubringen, vielleicht trauen wir uns dann, im Tal des Todesschattens nicht stehen zu bleiben, sondern zu sagen, ich will weitergehen. Ein Schritt vor den anderen. Ein Gebet vor das andere. Ein hoffnungsvoller Gedanke vor den nächsten. Bis wir durch sind. Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Stärke kundgetan unter den Völkern. Das war mir wichtig heute. Das ist vielleicht so der Kerngedanke dieser Predigt. Wenn du in der Verzweiflung drin steckst, auf der einen Seite benutze sie, benutze das Reden mit Gott, klage, gib es ihm ab. Und auf der anderen Seite benutze das Gebet, um dich daran zu erinnern, was Gott in deinem Leben oder im Leben des Volkes Gottes an anderer Stelle schon getan hat, um wieder neu einen Blick zu bekommen auf den Gott, der Wunder tut. Dass aus der falschen Form der Verzweiflung, dass aus der hoffnungslosen Form die hoffnungsvolle Form wird. Es gibt aber noch mehr zu sagen. Und ich möchte im zweiten Teil der Predigt jetzt, ich möchte euch vier Dinge mitgeben. Nicht, dass ich Verzweiflung gut reden möchte. Aber in meiner Bibel steht, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken müssen. Das heißt, in diesen Momenten, die so dunkel sind und so düster sind und wo man sich im Nachhinein vielleicht nur noch mit Schaudern daran erinnert und sagt, boah, bloß gut, dass die Zeit vorbei ist. Da steckt ein unglaubliches Potenzial, dass wir unsere Beziehung zu Gott vertiefen. Ich weiß, das hört sich erst mal verrückt an. Weil auf der einen Seite steckt ja diese Gefahr drin, dass man den Glauben wegwirft. Genauso steckt aber die Chance drin, dass man Verzweiflung richtig mit Gott durchlebt, dazu verwenden kann, dass aus der tiefen Hoffnungslosigkeit ein ganz tiefer Glaube, vielleicht eine ganz neue Begegnung mit der Vaterliebe Gottes wird, die mich noch näher an sein Herz zieht. Und deswegen vier Aspekte, wie Verzweiflung und solche Momente uns tatsächlich, verzeiht mir das Wort, gut tun können. Ist erst mal komisch, aber ich möchte es mal so nennen. Punkt eins, Verzweiflung offenbart unser Herz. Wir lieben es ja, uns als die Glaubenshelden zu sehen. Uns als die wahrzunehmen, ohne die Gottes Reich nicht vorangebracht werden kann. Wo Gott im Grunde seines Herzens froh sein muss, dass er uns im Team hat. Das ist so das Denken, was wir haben. Und wenn wir ehrlich sind oder wenn ich ehrlich bin, dann ist mein Leben nicht immer von unbändigem Glauben geprägt, sondern ab und zu von Selbstgefälligkeit und von einem völlig übertriebenen Vertrauen in meine eigene Stärke. Ja, in das, was ich selber kann. Momente der Verzweiflung sind Momente, in denen ich erfahre, wie es sich anfühlt, ohne Gott zu leben. Und diese Momente, die sind gut. Die sind gut, weil ich in dem Moment merke, okay, so ist das also, wenn Gott mal weg ist. Das fühlt sich richtig doof an. Ich bin ja gar nicht so stark, wie ich dachte. Ich brauche ja Gott viel mehr, als ich dachte. Wow, warum habe ich denn, worauf habe ich denn die ganze Zeit vertraut? David hatte so einen Moment, er hatte so einen Moment, wo er, wir lesen das mal im Psalm 30, wo er so für einen kurzen Moment sich für den coolsten hielt. Also Psalm 30, Vers 7. David sagt da, ich zwar dachte in meiner Sorglosigkeit, niemals werde ich wanken. Herr, in deiner Gunst hattest du mich auf feste Berge gestellt. Du verbargst dein Angesicht, da wurde ich bestürzt. Das ist genau das, was ich meine. Es gibt diese Momente, wo wir dastehen und sagen, boah, sind wir cool. So wie David. Ich werde nimmer mehr wanken. David dachte, ich bin einfach viel zu gut, viel zu stark, viel zu kompetent, viel zu einflussreich, schlichtweg viel zu mächtig, als dass mir irgendwas passieren kann. Niemals werde ich wanken. Und jetzt kommt Gott und überlegt sich, wie mache ich ihm klar, dass das nicht stimmt. Und Gott geht den Weg, dass er sein Angesicht für einen Moment verbirgt, dass er sich mal kurz zurückzieht, sich mal kurz abwendet, mal kurz David zeigt, wie sich das anfühlt, wenn Gott nicht da ist und nicht auf ihn aufpasst. Und sofort ist die Reaktion, du verwagst dein Angesicht, da wurde ich bestürzt. Warum tut Gott das? Warum tut der Herr Jesus das und zieht sich zurück? Möchte er uns loswerden? Und die Antwort muss lauten, nein, natürlich nicht. Er tut das, weil er uns in eine tiefere Beziehung mit sich selbst ziehen möchte. Und genau das passiert hier. Frage, wo treibt diese Bestürzung David hin? Könnte ja in Selbstmitleid hineintreiben, aber das tut es natürlich nicht, sondern tatsächlich in die Arme Gottes. Also Verzweiflung, Momente der Bestürzung, zeigen uns, wie abhängig wir von Gott sind, zeigen uns vielleicht auch, wie selbstgefällig wir durchs Leben gehen, zeigen uns, wer wir wirklich sind, worauf wir wirklich vertrauen. Und wir brauchen dann das, was Psalm 30, die Verse 9 bis 11 so beschreiben, zu dir Herr, rief ich und zum Herrn flehte ich. Was für ein Gewinn bringt mein Blut, mein Hinabfahren in die Grube? Wird der Staub dich preisen? Wird er deine Treue verkünden? Höre Herr und sei mir gnädig. Herr sei mein Helfer. Darum geht es. Ich bin bestürzt. Ich merke, boah, ich habe mich völlig überschätzt. Gott hat mir mein Herz offenbart und aus der Bestürzung heraus wende ich mich neu Gott zu und sage zu ihm, du bist mein Herr, sei mir gnädig. Ich tue Buße und ich suche Gott als meinen Helfer. Dieses Muster werdet ihr ganz oft in der Bibel finden. Menschen werden selbstgefällig, bequem, so formaler Glaube und dann zieht sich Gott zurück. Es folgt Bestürzung, Ratlosigkeit, Klagen, Angst, aber an der Stelle ist nicht Schluss, sondern zum Schluss gibt es eine erneuerte und vertiefte Beziehung zum Herrn. Und damit könnt ihr auch in eurem eigenen Leben rechnen. Wenn sich in unserem Leben Selbstbefälligkeit und Bequemlichkeit und so ein formaler Glaube einschleicht, dann wird Gott irgendwann einen Schritt zurück gehen und sagen, okay, wenn du es gerne ohne mich machen möchtest, dann mach es doch. Und wenn wir dann plötzlich merken, da ist so eine innere Unruhe, die wir nicht gegriffen kriegen, da tauchen plötzlich Probleme auf, die wir vorher nicht hatten. Wir kriegen unser Leben nicht mehr in den Griff. Angst, Bestürzung, dann ist die richtige Reaktion die, neu zum Herrn zu gehen und zu sagen, Herr, es tut mir leid, was ich da gemacht habe. Bitte lass mich diese alte, tiefe Beziehung zu dir wieder genießen. Oder wie es hier in Vers 12 und 13 dann heißt, meine Wehklage hast du mir in Reigen verwandelt. Also wenn ich zu Gott umkehre mit Wehklage, wenn ich traurig bin über mich selber, dann wird Gott mir das in Freude verwandeln. Meine Wehklage hast du mir in Reigen verwandelt. Mein Sacktuch hast du gelöst und mit Freude mich umgürtet, damit meine Seele dich besinge und nicht schweige, Herr, mein Gott, in Ewigkeit will ich dich preisen. Da will Gott uns hinhaben. Gott möchte, dass wir Menschen sind, die vor ihm jubeln, vor ihm singen und ihn ewig preisen. Und wann immer wir uns von ihm entfernen, benutzt er Momente der Bestürzung und der Angst, damit wir innehalten und uns die Frage stellen, wie steht es eigentlich um unser Herz? Sind wir wirklich noch mit Gott unterwegs? Und dann wo sie tun und zu ihm umkehren? Das ist der erste Punkt. Verzweiflung offenbart unser Herz. Es gibt einen zweiten Punkt, den ich persönlich unglaublich schön finde und da müsste man irgendwann meine eigene Predigt draus machen. Verzweiflung lässt mich Jesus begegnen. Verzweiflung lässt mich Jesus begegnen. Die Bibel beschreibt Jesus nicht als einen Supermann. Wenn es um dieses Themenpaket Einsamkeit und Verzweiflung geht, dann kann Jesus mitreden. Im Garten Gethsemane da bittet er seine engsten Freunde um folgendes. Er sagt zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Also was Jesus hier tut, er sagt zu seinen besten Freunden, hey, passt mal auf, ich bin völlig am Ende, es geht mir richtig schlecht, tut mir einen Gefallen, geht jetzt mal bitte nicht weg, schlaft mal nicht ein, betet mal für mich, bleibt einfach mal an meiner Seite. So, was passiert? Und wir wissen, was passiert. Dreimal schaut er nach ihnen, schaut, ob sie in dieser einen Nacht auf seine Bitte hin einmal an seiner Seite beten und wachen können und dreimal findet er sie eingeschlafen. Sie schlafen. Sie schlafen, während es ihn förmlich zerreißt. in Lukas Kapitel 22 Vers 44 wird der Kampf, den Jesus durchkämpft, so beschrieben, da heißt es, und als er in Angst war, betete er heftiger, es wurde aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Ich weiß nicht, ob du jemals nur geheult hast beim Beten, aber das ist arg. Während Jesus ringt und fast stirbt beim Gebet, schlafen seine Jünger ein. Jesus hat Todesangst, und er muss ganz allein den Mächten des Todes entgegentreten. Und dann wird es noch schlimmer. Judas verrät ihn, Petrus verleugnet ihn, dann kommen die Schmerzen, erst der Geißelung, dann der Kreuzigung, der Spott seiner Gegner, aber der Höhepunkt des Ganzen, das ist der Moment, als Gott der Vater die Schuld der Welt nimmt und auf ihn legt, ihn zur Sünde macht, als ein Riss durch diese ewige Liebesbeziehung geht zwischen Vater und Sohn und wo der Sohn, wo Jesus durstig, halb erstickt, schmerzverzerrt, die Worte sagt Eli, Eli, Lama, Asaptani, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wisst ihr, das ist echte Verzweiflung und wenn du wissen willst, wie Jesus sich gefühlt hat in diesem Moment und wir werden das in aller Tiefe nie erfassen, wenn du wissen willst, warum Jesus Mann der Schmerzen genannt wird, wenn du verzweifelt bist, das Gefühl, was sich dann in deiner Seele einschleicht, das ist ein Blick hinein, mitten ins Herz des Messias am Kreuz und deshalb, wenn du verzweifelt bist, erlaubt dir Jesus, dass du ihm mitten im Leid begegnest. Der Jesus sagt, kommt her zu mir all ihr mühseligen und beladenen und wir lesen das sehr oft als Einladung für Ungläubige, die sich bekehren sollen. Man kann das ganz anders lesen. Man kann es so lesen, dass Jesus sagt, ich bin insbesondere da für die, denen es richtig schlecht geht. Und ich war da, wo du jetzt gerade bist, mitten in der Verzweiflung und ich möchte dir da begegnen, wo du jetzt bist. Komm zu mir. Wenn du sagst, ich bin mühselig und beladen, dann renn nicht weg, sondern komm zu mir. Ich will dir mitten in diesem dunklen Moment der Hoffnungslosigkeit, ich will dir Ruhe geben. So wie Paulus das an die Korinther geschrieben hat, 2. Korinther Kapitel 1, Vers 5. Denn wie die Leiden des Christus überreich auf uns kommen, so ist auch durch den Christus unser Trost überreich. Ich möchte dir diesen Tipp mitgeben, weil er funktioniert und ich nicht weiß, warum. Aber mitten im Leid ist der beste Moment, sich auszustrecken nach Jesus, der dort war und der mitten im Leid auf dich wartet, um dir göttlichen Trost zu schenken. Und so verrückt sich das anhört, mehr als einmal war für mich der Moment der tiefsten Niedergeschlagenheit. Eine Tür hinein in den Thronsaal Gottes, wo sein Trost und seine Liebe und seine Gegenwart spürbarer und tiefer in mein Leben eingedrungen sind als irgendwann sonst. Dritter Punkt Verzweiflung bewirkt in uns Hoffnung und zwar ewige Hoffnung. Die Stelle aus 2. Korinther Kapitel 1 nochmal 2. Korinther 1 Vers 8 Denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen Brüder über unsere Bedrängnis die uns in Asien widerfahren ist dass wir übermäßig beschwert wurden über Vermögen sodass wir sogar am Leben verzweifelten. Wow! Also das ist auch echt so eine Stelle wo ich denke danke Paulus dass du mit dir reingeschrieben hast. Danke 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 danke. Dann weiß ich wenigstens dass wenn mir das mal passiert dass ich immer noch in der richtigen Spur bin. Ja ich bin noch nicht noch nicht aus dem Glauben rausgeplumpst. Man darf mal am Leben verzweifeln. Wunderbar wunderbar. Wir selbst Wir selbst aber hatten in uns selbst schon das Urteil des Todes erhalten damit wir nicht auf uns selbst vertrauten sondern auf Gott der die Toten auferweckt und der hat uns aus so großer Todesgefahr errettet und wird uns erretten auf ihn hoffen wir dass er uns auch ferner erretten werde. Merkt ihr was hier steht? Hoffnung und hier ist nicht so eine irdische billige zerbrechliche Hoffnung sondern hier ist ewige Hoffnung gemeint Hoffnung erwächst aus der Erfahrung dass der Gott allen Trostes mich rettet wo ich keinen Ausweg mehr sehe und es ist logisch wenn Gott mich wenn ich das erlebt habe Gott rettet mich aus größter Not und ich erlebe das immer mal wieder und ich kann vielleicht auf ein Leben zurückblicken wo ich sage da ist es mir passiert und da ist es mir passiert und da auch und da auch super wenn ich das ein paar mal erlebt habe dass Gott wirklich retten kann dann begreife ich eine viel größere Lektion. Ich begreife die Lektion dass das Böse nicht das letzte Wort hat. Wisst ihr wenn Gott die dunklen Seiten meines Lebens nutzen kann um mein Herz an sein Herz zu ziehen dann gibt es keine finstere Macht die sich ihm in den Weg stellen kann um eines Tages mich ganz und gar zu sich zu ziehen und das ist ewige Hoffnung wenn ich weiß ich werde einmal dem Gott der mich jetzt schon im Leid gekräftigt hat getröstet hat der mich gerettet hat dem werde ich einmal begegnen weil sich nichts und niemand ihm in den Weg stellen kann und das ist ewige Hoffnung es ist die Hoffnung auf den Tag den Jesaja so beschreibt Jesaja 25 Vers 8 den Tod verschlingt er auf ewig und der Herr wird die Tränen abwischen von jedem Gesicht und die Schmach seines Volkes wird er von der ganzen Erde hinweg tun denn der Herr hat geredet so ein Tag kommt wenn Gott alle Tränen abwischt und wenn ich das hier immer mal wieder erlebt habe dann wächst diese Hoffnung dass das was Gott hier im Kleinen getan hat dass er selbstverständlich auch im Großen tun kann und dann schaue ich anders nach vorne so wie Paulus das sagt und er hat uns aus so großer Todesgefahr errettet und er wird uns erretten merkt ihr das ja eben noch sind wir verzweifelt dann hat er mich gerettet und dann einmal gemacht mal wieder mal wieder ja also finde das so schön ja und er wird uns erretten auf ihn hoffen wir dass er uns auch ferner erretten wird aha ja zack ja es ist so gut diese diese starke Hoffnung zu haben und wodurch kriege ich die durch Momente des Leids durch Momente der Verzweiflung wo ich durchgehe wo ich keinen Ausweg mehr sehe wo ich selber verzweifle und dann merke oh das ist ja interessant Gott hatte noch eine Idee spannend spannend ja das kann man immer erst im Nachhinein das ist mir schon klar wenn du mittendrin steckst hilft dir das vielleicht wenig aber wenn du durch bist und du schaust zurück und sagst wow das war knapp aber Gott hat mich gerettet und du machst das ein paar mal dann gehst du vielleicht irgendwann in die nächste Verzweiflung ich will nicht sagen gelassener aber mit mehr Hoffnung mit der Hoffnung zu sagen okay das fühlt sich noch genauso bescheuert an wie bei der letzten Verzweiflung aber da gibt es in meinem Herzen etwas was ich anders auf diesen Moment der Hoffnungslosigkeit da gibt es ein stückchen Anti-Hoffnungslosigkeit in mir ja da gibt es so ein Gegenpol der sagt nee ich will mich jetzt nicht ganz runterziehen lassen ich habe das zu oft erlebt dass Gott mich schon gerettet hat und das ist der vierte Punkt Verzweiflung schafft Veränderung über Jesus heißt es dass er durch Leiden vollkommen gemacht wurde oder reif wurde im Neuen Testament wo das Wort vollkommen steht kann man oft mit reif übersetzen macht ein bisschen mehr Sinn also er ist reif geworden der Teufel kommt am Anfang seines Wirkens in der Wüste darf er ihn darf er ihn so richtig unter Druck setzen und Jesus wird reif für seinen Dienst und am Ende seines Lebens darf er wieder so richtig versucht werden muss ans Kreuz und das prägt ihn genauso das macht ihn reif das macht ihn vollkommen ein komischer Gedanke dass Not und Leid und Verzweiflung den Herrn Jesus vollkommen gemacht hat aber steht in der Bibel und Paulus beschreibt dasselbe für Christen er schreibt den Christen in Rom dass für ihn Paulus es normal ist in schwierigen Zeiten sich zu freuen das steht in Römer 5 da fragst du dich Paulus warum kannst du den Christen schreiben die sollen sich freuen in schwierigen Zeiten das ist doch ein Widerspruch aber Paulus sagt denkt noch mal drüber nach schwierige Zeiten Not Verzweiflung da kommt doch hinten was raus was kommt denn da raus und Paulus sagt freut euch über schwierige Zeiten weil drei Dinge passieren ihr lernt ausharren ihr lernt Bewährung oder Charakterstärke bekommt ihr und ihr bekommt Hoffnung drei Dinge die Paulus sieht wenn er über Leid nachdenkt und warum er sagt freut euch ruhig mal über 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 Leid das ist nicht so schlimm ihr werdet wenn ihr durch Leid durchgeht ihr werdet ausharren lernen euer Charakter wird ein anderer werden und ihr werdet Hoffnung gewinnen Verzweiflung hat auf der einen Seite die Macht meinen Glauben zu zerstören oder sie zieht mich ans Herz Gottes und sie lässt meinen Glauben reifen und deswegen ein letzter Gedanke Gott möchte dich erziehen Gott möchte unser Herz erziehen ich mag dieses Bild von den gebahnten Wegen Gott möchte dass in unserem Herzen gebahnte Wege sind er möchte dass wir gewohnheitsmäßig wenn Leid und Not und Verzweiflung unser Leben schlimm machen dass wir gewohnheitsmäßig im Leid zu ihm fliehen wenn das gesungen vorhin gibt diese Bilder im Alten Testament du bist mein meine Burg du bist mein Turm du bist mein mein Fels das sind Bilder für Orte der Sicherheit Orte zu denen man hinfliehen kann wenn man unter Druck gerät und wir sind das so gewöhnt dass wenn der Druck und das Leid und die Hoffnungslosigkeit zunehmen dass wir uns dann woanders hinfliehen ja dass wir uns ablenken was weiß ich was du tust vielleicht schaust du Filme oder machst irgendwas dass wir uns in Beziehungen hineinflüchten bloß nicht drüber nachdenken was jetzt hier schief läuft dass wir uns in Arbeit hineinflüchten dass wir uns in Tagträume hineinflüchten dass wir uns vor den Computer flüchten ja dass wir irgendwas machen nur nicht zu Gott gehen ihr müsst mal euer Verhalten betrachten wenn es schwierig wird wenn Leid kommt ja wenn dir jemand blöd kommt wenn du merkst jetzt bin ich deprimiert jetzt bin ich traurig jetzt jetzt stimmt irgendwas in mir drin nicht jetzt ist jetzt sind die Umstände so dass ich mir sage boah das ist ja das habe ich mir noch nicht so ausgedacht was machst du dann und die Frage ist hast du gebahnte Wege in deinem Herzen bist du jemand der ganz automatisch wenn es dir schlecht geht der ganz automatisch dann zu Gott hinflieht und das ist etwas was man trainieren muss man muss selber für sich ein bisschen herausfinden wie mache ich das dass ich in solchen Momenten der Hoffnungslosigkeit bei Gott Halt finde bei Gott Sicherheit finde dass ich bei Gott wieder so einen sicheren Boden unter die Füße kriege und dazu braucht es im Kopf im Denken gebahnte Wege es braucht Muster ich muss verstanden haben woran denke ich wenn Not kommt was mache ich dann was läuft in deinem Kopf ab und Gott möchte dich erziehen dass du jemand wirst der wenn Leid kommt dass der gelernt hat und sagt ich muss da gar nicht mehr groß drüber nachdenken das ist wie ein Reflex Leid kommt ich fliehe zum Herrn Leid kommt und ich habe die richtigen Gedanken Leid kommt ja und ich weiß ich brauche Gemeinschaft Leid kommt und ich weiß ich brauche Gebet Leid kommt und ich brauche Wort Gottes Leid kommt versteht ihr ja gebahnte Wege wo ich lerne mit Leid richtig umzugehen und wo das ist da wirst du zu jemandem der Ausharren lernt also das nächste Mal wenn Leid kommt wirst du dem Leid anders begegnen weil du es viel früher schon in die Schranken weisen kannst und du wirst merken wenn das eine Weile so geht dass du unter in Situationen die dich früher zerbrochen hätten dass du unter denen nicht mehr zerbrichst wie gesagt die werden nicht schöner aber du gehst anders mit ihnen um dein Charakter hat sich geändert du bist stärker geworden du hast Ausharren gelernt und das ist das was Gott möchte Gott möchte dass du verändert wirst verändert wirst in das Bild Jesu in das Bild des einen der bereit war Verzweiflung zu ertragen um die zu retten die er liebt und dazu ist es nötig dass wir Verzweiflung durchmachen so die vier Punkte nochmal und dann bin ich fertig Verzweiflung kann in deinem Leben zu einem Verbündeten werden und zwar um erstens alle Selbstgefälligkeit und und allen Götzendienst in deinem Leben zu offenbaren Verzweiflung wird dir zeigen auf wen du wirklich vertraust und so blöd das klingt wenn du dabei feststellen solltest du vertraust auf dich oder du hast da Dinge an denen hängt dein Herz mehr als an Gott dann sei dankbar dafür zweiter Punkt Verzweiflung lässt dich einen Blick ins Herz Jesu werfen um zu begreifen wie sehr er dich geliebt hat wie sehr er bereit war völlige Verzweiflung um deinet Willen zu ertragen und ich ich bitte dich darum mitten in der Verzweiflung in seine Arme zu rennen ihm zu begegnen und bei ihm himmlischen Trost zu finden dritter Punkt Verzweiflung lässt uns felsenfest glauben dass das wirklich Gute noch kommt Verzweiflung alleine nicht aber wenn ich Verzweiflung mit Gott durchlebe und dann immer wieder erfahre Gott rettet dann wird das in mir ewige Hoffnung hervorbringen und der letzte Punkt Verzweiflung macht uns wenn wir ausharren lernen wenn wir Charakterstärke lernen wenn wir gebahnte Wege im Herzen haben mit Leid richtig umzugehen macht uns brauchbarer für Gott um den Job zu tun den er uns aufgetragen hat in dem Sinn wir werden der Verzweiflung nicht entgehen aber wir können sie nutzen wir können dafür sorgen dass wir am Ende selbst wenn wir wie Jesus erfahren müssen dass der Abba im Himmel zu unserem Wunsch dass der Kelch an uns vorüber geht Nein sagt wir dürfen erleben dass das im Blick auf Leid nicht das letzte Wort ist wir werden auch auferstehen und wir werden einmal mit dem Herrn Jesus sehen dürfen welchen Sinn und welches Ergebnis unser Leid hatte Amen und wir werden Vielen Dank. Vielen Dank.